Guten Morgen, es ist Tag 2 der Scheintour und wir frühstücken 3, es ist 13 Uhr, nein, haben wir im Ruf geschlafen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, alles drin, das geht auch fast nicht. Jahrelange Erfahrung, Packmeister Daniel Haachter, wie Autos packen. Ich möchte mal bekannt geben, dass an dieser Stelle, gerade als wir vorbeigefahren sind, ein schöner großer Lieferwagen rausgekommen ist und wir parken konnten und zwar hier, das Konzert findet da statt. Und zwar Dachbodenkonzert. Dachbodenkonzert Tatsächlich ungefähr im gefühlten zehnten Stock mit 101 Treppenstufen und ohne Aufzug haben wir gerade alles hier hochgeschleppt und jetzt sind wir auf dem Dachboden. Die Leute müssen noch die Wäsche abhängen und dann kannst du aber auch direkt losgehen. Und so, halbe Stunde später sieht das so aus. Micha, wie war es auf dem Dachboden? Ja, wunderschön, ruhig würde ich mal sagen. Ja, mein erster Konzert, erstes Gig, erstes Ding ist vorbei. Ganz wenig, zwischen Unterhosen, Bettlaken und wunderschönen Menschen haben wir heute gespielt. Astral.